Vielen Dank auch hier für die Vorstellung und wir begrüßen in der Bahn die Katalog Nummer 59. Das ist der Hengst Zest Max der Pies, geboren am 25.04.2017. Züchterin ist Alexandra Weck aus Schleiden und Besitzer ist die Familie Vichurek aus Norddeich. Dieser Hengst stammt ab von Tarako Fiasko aus der Zest Mais Maxima von HS Let's Go. Bitte notieren Sie für diesen Hengst folgende Maße 145 172 20 145 172 20 Untertitelung des ZDF für funk, 2017. 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018